Für mich war ich eine lange Zeit raus und jetzt wieder mit den Jungen auf dem Platz zu stehen, das ist einfach super. Ich war schon ein bisschen aufgeregt natürlich, weil es war schon lange, dass ich nie auf dem Platz gestanden habe mit den Jungs. Mit mir geht es eigentlich gut. Auch nach dieser Einheit habe ich ein gutes Gefühl. Ich merke schon, dass das ein anderes Level ist, wenn ich Reha-Training mache oder mit den Jungen auf dem Platz stehe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.